Hallo, liebe Hero-Coaches, Trainer und Berater. Ich bin's, Ihr virtueller Coach, Shalia Stevens-Würsek. Ich mache gerade eine Mittagspause und zische gleich zu einem Webinar-Coaching, aber bevor ich da hingehe, wollte ich Ihnen über eine besondere Möglichkeit berichten, und zwar über eine neue Webinar-Reihe. Die Webinar-Reihe heißt Komplett Digital und sie wird initiiert von dem Dialog-Marketing-Verband Österreich in Kooperation mit dem Wifi-Management-Forum. Und die fängt nächste Woche schon an, und zwar am Dienstag, am 15. Mai. Die Webinar-Reihe heißt Komplett Digital und es dreht sich in dieser Webinar-Reihe um das digitale Marketing, um die Online-Markenführung. Und die Webinare richten sich an Einzelunternehmer, also unter anderem die Coaches, Trainer und Berater, die sich in meiner Vorgeschafft befinden, aber auch an Werbetreibenden aus Agenturen, aus Unternehmen, Geschäftsführer, aber auch Mitarbeiter in Marketing-Abteilungen zum Beispiel. Und zwar wird mit Komplett Digital ein kompakter Überblick über das ganze Spektrum von Online-Markenführung gegeben, und zwar zu folgenden Themen. Und jetzt spicke ich ein bisschen. Das erste Webinar heißt Digitale Marketing-Strategie und findet am 15.05. statt. Das zweite Webinar heißt Mobile Marketing-SMS, Coupons und Apps. Das findet live am 22.05. statt, immer dienstags übrigens, ab 18 Uhr bis 19.30 Uhr. Das dritte Webinar heißt Erfolgsgarant E-Mail-Marketing und findet am 29.05. statt. Dann haben wir das vierte Webinar Wirtschaftlicher Erfolg durch Suchmaschinen. Das findet am 5.06. statt, wieder am Dienstag um 18 Uhr. Und dann ein Thema, was Sie auf keinen Fall verpassen sollen und Sie bestimmt interessiert ist, Neukundengewinnung im Internet live am 12.06. 2012 um 18 Uhr, zentrale europäische Zeit. Und last but not least Social Media Marketing, da wird es stattfinden am 19.06. 2012 um 18 Uhr. Ja, also ich denke, das ist auch ein Thema, was immer sehr, sehr gerne gesehen und besucht wird. Das Schöne ist, Sie kriegen in der Webinar-Reihe nicht nur ein Thema, sondern alle sechs Themen. Also das Ding ist als Paket buchbar und wenn Sie für den Fall zum Beispiel in Urlaub sind während der Zeit oder bei einem Geschäftsmeeting oder mit einem Klienten unterwegs sind zu der Zeit, kein Problem. Alle Webinare werden aufgezeichnet. Sie können diese wieder als Videoaufzeichnung abrufen und jederzeit immer wieder anziehen, reinziehen, die Learnings nochmal vor Augen führen als Erfrischung, Wiederholung. Also insofern, Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Also Sie werden schon alle Themen sehen können. Die URL, die Adresse für das Event ist www.komplettdigital.com oder wenn Sie in Österreich sitzen, vielleicht wollen Sie lieber wie Ihr Landsmann eingeben, www.komplettdigital.at. Beide Adressen führen Sie auf die Webinar-Reihe Landingpage, wo Sie sich weiterhin informieren können über die Themen in mehr Tiefe, über die Vortragenden, was Sie qualifiziert, warum Sie so toll sind, warum Sie Top-Vortragende sind. Und ja, Sie können auch natürlich die Webinar-Reihe dort buchen und Sie sind herzlich eingeladen. Ich werde auf jeden Fall dabei sein, um meine Coaches zu unterstützen, mit denen ich gerade arbeite. Und ich kann Ihnen sagen, also Sie arbeiten gerade schön daran, dass Sie wirklich einen Mehrwert bekommen aus diesen Webinaren. Und ja, deswegen sind Sie eingeladen. Ich hoffe, Ihnen hat mein Tipp des Tages gefallen. Ich gehe jetzt schnell zum Webinar-Coaching, bevor ich zu spät werde. Tschüss!